Gleich nach München. Die Kameras sind aufgebaut. Wir erwarten den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor der Parteivorstandssitzung an diesem heutigen Montag mit einem State mit natürlich zur aktuellen Corona-Lage in Bayern, aber auch in Deutschland. Und hier sehen wir ihn bereits, Markus Söder. Pünktlich betritt er den Raum und den Saal. Und wir werden gleich reinhören, was also der bayerische Ministerpräsident zum Wochenstart zu sagen hat. Und es geht los. Vor der Schalte des CSU-Parteivorstands mit dem Vorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind einige Themen, die uns heute sehr bewegen. Zu vorderst nochmal einen Rückblick bzw. eine Einschätzung der Wahl in den Vereinigten Staaten. Wir freuen uns im Endeffekt sehr, dass der Wahlkrimi ein Ende gefunden hat, dass es jetzt sein Ergebnis gebracht hat. Und ich glaube, mit diesem Ergebnis kann die Welt auch aufatmen. Es ist gut, dass das zum Teil bizarre Schauspiel der letzten Tage davor beendet wurde. Es ist ein Sieg der Demokratie, vor allem auch ein Sieg in das Vertrauen der Institutionen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, die USA können jetzt die Chance finden, wieder zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen, weg von den Gespaltenen. Und ich denke, das ist jetzt eine große Chance auch für die Welt. Denn die Amerikaner sind nun einmal die moralische Führungsnation in der westlichen Welt. Und alles, was in Amerika passiert hat, hat einen grundlegenden Einfluss auch auf die Demokratien im Westen. Und insofern ist der Stilwechsel, der jetzt ansteht, zu mehr Vernunft, zu mehr wissenschaftlichen Kenntnissen, zu einer anderen Form der Gemeinsamkeit auch ein Signal an alle Demokratien und die westliche Welt. Und umgekehrt eine Absage gegen Spaltung. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Frage, die Auswirkungen, die in Amerika sind, was bedeutet es jetzt nur für das transatlantische Verhältnis. Da hoffen wir wieder auf mehr Gemeinsamkeit. Da hoffen wir auch darauf, dass zum Teil einseitig politisch motivierte Truppenabzugspläne dann vielleicht auf Eis gelegt werden. Wir müssen uns auch genau überlegen, wie ein europäisches Angebot an Amerika sein kann. Ein Angebot für eine neue Zusammenarbeit. Das sollte auch von ganz Europa formuliert werden, um zu zeigen, wie wir uns die transatlantische Partnerschaft der Zukunft vorstellen können. Aber das ist der eine Teil. Der andere Teil, glaube ich auch, dass das eben ein Sieg über Hetzer und Spalter waren in den USA. Und dass das auch eine Wirkung bei uns haben kann. Das ist die Welle, der er bricht und den Wind aus den Segeln, der er nimmt, die glauben in gleicher Weise, unser Land spalten zu können mit absurden Verschwörungstheorien und hoher Aggression. Es hat sich sozusagen nicht die Aggression durchgesetzt, sondern die Vernunft in den USA. Und das ist auch für mich persönlich als ein großer Anhänger und Freund der transatlantischen Gemeinschaft einfach ein gutes Signal. Und wie ich es gestern gesagt habe, die USA können wieder auf die helle Seite der Macht zurückwechseln. Insofern, glaube ich, sind wir froh darüber, über das Ergebnis. Und wir hoffen auch, dass das eine Signalwirkung nicht nur für Amerika hat, sondern auch für Demokratien in der Welt, aber eben auch für Deutschland. Das gilt, wenn man das auch angesehen hat, was am vergangenen Wochenende gewesen ist in Leipzig. Das Ganze ist ja sozusagen, kann man das ja den Bogen spannen. Das Grundgesetz garantiert Demonstrationsrecht, aber weder Gewalt noch das Außeracht, Außerkraft setzen von Gesundheitsvorschriften. Deswegen eines ganz klar. Alle müssen sich an die Regeln des Gesundheitsschutzes halten. Es gibt hier keine Sonderrechte für Querdenker. Ganz im Gegenteil. Deswegen ist es wichtig, dass wir überall darauf setzen, dass Maßnahmen eingehalten werden, auch bei Demonstrationen. Und wenn eine Maskenpflicht gilt, dann muss die auch entsprechend umgesetzt werden. Viele Menschen verstehen nicht, warum sie sich im Kleinsten an alle Vorschriften halten. Und bei einer solchen Demonstration gilt das Ganze nicht mehr. Nur weil Leute eine völlig falsche Ansicht haben. Es ist das Recht zu demonstrieren, aber es gibt nicht das Recht, die Gesundheitsmaßnahmen außer Kraft zu setzen. Deswegen sollte das aufgearbeitet werden. Und wir müssen uns auch dem Phänomen Querdenker stärker widmen und genauer anschauen, was da an wirklicher Entwicklung dahinter ist. Die Bezüge zu den USA klären. Aber auch die zunehmende aggressive Argumentation überprüfen und genau anschauen, wer steht dahinter, welche neue Bewegung ist es und wie herausfordernd ist diese Bewegung. Geht es da tatsächlich nur um die Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen oder geht es letztlich um viel, viel mehr? Geht es da auch um eine grundlegende Einschätzung, wie unser Staatswesen zu organisieren ist? Ist es eine Form von anderer Pegida, die da entsteht oder vielleicht noch mehr? Dies muss auch von den zuständigen Institutionen besprochen und intensiv geprüft werden. Ich mache mir der Alex hat schon Sorge. Man kann das ja täglich auch im Internet sehen, mit welchen Argumenten da agiert wird. Das ist eine Veränderung der politischen Kultur. Und das ist eine Herausforderung für unsere demokratische Gesellschaft, der wir uns intensiver stellen müssen. Damit sind wir bei Corona. Es gibt überhaupt keine Entwarnung. Ganz im Gegenteil. Die Zahlen steigen weiter in Deutschland, aber auch in Bayern. Und deswegen ist auch ganz klar, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, richtig waren. Der Kurs ist absolut richtig gewesen. Wir müssen jetzt sehen, ob es wirkt und wie intensiv es wirkt. Denn keiner darf unterschätzen. Wir haben den mildesten Lockdown in Europa. Wir haben den milderen Lockdown als im Vergleich zum Frühjahr. Und wir hatten auch im Frühjahr drei bis vier Wochen gebraucht, bis erste Anzeichen der Veränderung sich ergeben hat. Und damals haben wir sozusagen die ganz große Keule ausgepackt. Letztlich ist alles, was mit Corona stattfindet, ein Wettlauf mit der Zeit. Man muss noch mal jedem klarmachen, dass wir ja jetzt nur die Infektionen von vor zwei oder vielleicht vor drei Wochen zählen. Und wir zählen nicht die Infektionen, die heute sind. Und erst nach Untersuchungen, die werden es in München lebt, sind die Dunkelziffer sicherlich noch höher. Und es ist einfach so, die Krankenhäuser beginnen vollzulaufen, die Zahl der Todesfälle steigt. Ich will das auch noch mal als grundlegenden Appell an alle machen, die das Ganze nicht zu ernst nehmen. Wir haben ein hohes Vertrauen in unser Gesundheitssystem. Aber ab einem bestimmten Punkt kann eine Überforderung entstehen. Und diese Überforderung können wir dann, wenn sie entsteht, nicht mehr abmildern. Und deswegen müssen wir es vorher machen. Also das Argument, es wäre doch besser gewesen zu handeln, wenn alles schon mal zugelaufen ist, ist ein falsches Argument. Und es ist auch ein gefährliches Argument, weil es führt nämlich dazu, dass wir dann nicht mehr handlungsfähig sind. Alles, was wir jetzt tun, tun wir im Vorlauf. Das hat nichts mit Panikmache zu tun, einfach noch mal die in ernster Lage zu dokumentieren. Wenn Sie anschauen, was es an Infektionszahlen auch in den USA gibt, in Frankreich und anderswo, die Lage ist aus unserer Sicht sehr dramatisch und viele tun sich noch sehr schwer, damit umzugehen. Und es ist auch klar, gesundheitliche Sorgen werden am Ende auch wirtschaftlicher werden. Überall dort, wo man sich dem Thema gesundheitspolitisch nicht gestellt hat, sind die wirtschaftlichen Schäden erheblich größer als bei uns. Das Beispiel USA zeigt das ziemlich eindeutig. Deswegen hätte Ignorieren nichts geholfen. Unser Ziel ist, Kontakte zu reduzieren. Und jetzt muss man sehen, was in Deutschland einfach die Herausforderung ist und bleibt. Wir haben in Deutschland Kontakte reduziert, ja. Aber wir haben einen großen Teil gesellschaftlich entschieden, dass ein Kontakt bleiben kann. Das ist nämlich der Bereich Schule. Heute ist ja der Schulstart in Bayern wieder. Wir glauben, dass das richtig ist, Schule und Kita offen zu halten. Außer das Infektionsgeschehen an der Schule gibt Anlass dazu, weil es gesellschaftlich für die Kinder, aber auch für viele Eltern ganz entscheidend ist, weil sie sonst nämlich keine Form der Betreuung hätten und das dann wiederum für die Wirtschaft einen erheblichen Rückschritt hat. Also die Argumentation und auch, glaube ich, die Grundidee ist richtig. Jetzt ist wichtig, dass wir gerade auch in der Schule das Ganze vernünftig organisieren und dass alle Mithelfen auch dabei guten Willen sind. Das gilt für alle Beteiligten, Eltern, Schüler und Lehrer, dass wir den Schulunterricht weiter gut gestalten können. Schule ist nie einfach und Schule führt immer auch zu Widerspruch. Aber es ist wichtig, dass wir an der Schule bleiben. Die Gesamt-Corona-Bremse, die wir jetzt einlegen, staatlich, gesellschaftlich in Deutschland, die ist richtig. Und ich sage auch ganz deutlich, wir haben ja nächste Woche noch eine Ministerpräsidentenkonferenz. Vielleicht gibt es bis nächste Woche ein Anzeigen dafür, dass sich die Kurven abflachen. Aber ich würde mir da keine zu großen Hoffnungen machen. Das Ganze dauert. Wie gesagt, im Frühjahr waren es auch drei oder vier Wochen, die wir an der Stelle hatten. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir den langen Atem haben. Was nicht gehen kann als Langzeitstrategie, Lockdown, Lockup, hin und her, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen jetzt eine Wirksamkeit der Maßnahme. Das, was jetzt gemacht wird, muss funktionieren. Wir werden jetzt nächste Woche einen ersten Schritt evaluieren. Wir werden es dann in den nächsten zwei Wochen weiter überlegen, wie es dann weitergeht. Und ich hoffe sehr, dass es Erfolg zeigt. Aber ganz klar ist, man darf sich da nicht täuschen, das ist eine große Herausforderung, bleibt eine große Herausforderung für uns alle. Ziel ist, einheitliche Regeln für alle zu haben. Deswegen gilt es auch beispielsweise für die Maske. Wir wollen auch in Bayern keine Flickenteppich. Wir haben einheitliche Regelungen für alle. Und das gilt jetzt zunächst mal alles für die nächsten, auch in der Schule, für die nächsten drei Wochen. So ist es nämlich. Und dann nach drei Wochen können wir sehen. Es gibt nirgendwo in Bayern einen Anlass aufgrund der Infektionszahlen, weder in den Städten noch in den Landkreisen, jetzt schon darüber zu diskutieren, irgendetwas zu verändern oder zu lockern. Ganz im Gegenteil. Wer jetzt lockert oder wer im Grunde genommen an den ein, zwei Stellen meint, man könne schon über etwas anderes reden, der muss zumindest eine Antwort geben, wie er sonst wo die Sicherheit gewährleistet. Und ich sage mal so, gerade in der Schule ist es mir wichtig, wir müssen die Sicherheit der Lehrer gewährleisten. Deswegen ist es wichtig, dass Schüler Maske tragen. Wir müssen die Sicherheit aber auch der Schüler gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Lehrer Masken tragen. Und beide sorgen dafür, dass wir so wenig Verbreitung wie möglich in die Elternhäuser haben, was dann wiederum den entsprechenden Kontaktverfolgung unmöglich macht. Deswegen wird es jetzt noch eine schwere Zeit. Die erste Woche war jetzt noch relativ einfacher. Wir brauchen langen Atem. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Ich gebe den einen, der sagt, wie sieht das in Umfragen aus? Wie ist die Stimmung? Mein Eindruck ist, dass ich insbesondere bei denen, die vor einer Woche sehr besorgt waren, zumindest jetzt, die warten alle drauf. Also beispielsweise diejenigen, die eben die Kontakt durch die Kontaktreduzierung ihre Betriebe zumachen müssen, beispielsweise in der Gastso. Die warten jetzt und brauchen auch eine sehr schnelle Antwort. Eine sehr schnelle Antwort, was passiert mit den Ausgleichszahlungen. Wir werden auch morgen im Kabinett darüber diskutieren, wie wir das beschleunigen können, wie das Bundesprogramm dann schnell ausgezahlt werden kann. Für uns ist es übrigens auch, dass alle, die vor dem Lockdown schon einen Lockdown gemacht haben, in gleicher Weise unterstützt werden müssen. Also Berchtesgaden und beispielsweise das Rottal Inn, die brauchen auch die gleiche Unterstützung, weil es unfair wäre, jetzt eine Novemberhilfe zu geben. Und einige haben schon den Lockdown vorher gemacht. Also das werden wir nur noch sicherlich ergänzen und werden uns da morgen im Kabinett darüber unterhalten, wie wir das entsprechend umsetzen. Ansonsten, der Kurs bleibt, er ist richtig und wir müssen jetzt einfach diesen Atem halten. Am Ende ist folgendes wichtig. Wir müssen das tun, von dem wir überzeugt sind, dass es wirkt. Und nicht nur das tun, von dem wir glauben, dass es jetzt vielleicht etwas leichter ankommt oder besser wirkt. Das ist jetzt die schwerere Prüfung, die wir haben, als im Vergleich zum Frühjahr. Das Schwere ist vor allem darin zu sehen, dass wir differenzierte Maßnahmen haben. Im Frühjahr war alles zu, sozusagen. Da konnte sich jeder mit anfreunden. Das ist jetzt natürlich wesentlich schwieriger. Aber noch einmal, die Priorität liegt auf Wirtschaft und Handel. Das ist die eine Priorität. Und die zweite Schule in Kita, die übrigens mehr zusammenhängen damit, als man denkt. Und noch ein klarer Appell, das habe ich auch dem Kultusministerium noch einmal gesagt, jetzt in der Schule, klare verständliche Regeln für alle. Und ganz wichtig, kein zusätzlicher Leistungsdruck für die Schule. Kein Durchhetzen von Klausuren nach dem Motto, wer weiß, ob wir in zwei, drei Wochen vielleicht dann doch noch einen Lockdown bekommen. Das ist eine klare Botschaft. Und ich habe dem Kultusminister mal gesagt, es ist aber die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir da keine Ungleichgewichte bekommen. Die Schüler stehen eh unter Druck. Das ist eh eine psychologische Situation. Und die Schüler müssen wissen, dass es wahrscheinlich auch keine normale Schulzeit ist. Das ist ja allein schon nicht wegen der Maske. Aber es muss eine faire Schulzeit sein. Und faire Schulzeit bedeutet, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und dass wir nicht nur jeder aus seiner Sicht die maximale Forderung stellen, sondern uns versuchen, auch in die Rolle des Anderen zu versetzen. In die Situation der Lehrer, in die Situation der Eltern, aber auch in der Schüler. Deswegen würde ich mal sagen, Schule braucht im Moment viel mehr Empathie als je zuvor. Und wir werden versuchen, das jetzt die ganze Zeit zu begleiten. Ich werde demnächst auch noch einmal die Schule besuchen, um auch mal ein direktes Gespräch zu suchen. Wir laufen die Maßnahmen an. Aber vorab mein Dank an alle, die da mithelfen und mitmachen. Es wird noch eine spannende Zeit werden. Jedenfalls halten wir den Kurs. Und ich sage es auch sehr deutlich, Vorsicht und Umsicht war bislang immer der beste Ratgeber. Der Leichtsinn, wir werden erleben, der Leichtsinn einiger Wochen lässt sich auch nicht durch eine Woche Umsicht und Vorsicht ausgleichen. Es wird noch länger dauern. Also wird eine spannende Zeit für uns. Vielen Dank. Die erste Frage hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Herr Söder, Sie haben gesprochen über volllaufende Krankenhäuser und steigende Zahlen bei den Todesopfern. Welche Botschaft haben Sie an die Labore, die feststellen müssen, dass Sie an die Grenzen Ihrer Kapazitäten kommen? Danke. Das sind nicht alle. Der Bund hat jetzt eine, das RKI hat über eine Teststrategie nachgedacht. Diese Teststrategie würde bedeuten, jedenfalls aus Sicht des RKI, dass im Grunde genommen ein ganz großer Teil aller Tests wegfallen würde. Würde bedeuten, dass jemand, der Symptome hat, mindestens erst mal eine Woche zu Hause bleibt und wenn er mehrere Symptome hat, kann er sich testen lassen. Wir sind da sehr skeptisch, ob das in der Praxis unanwendbar ist. Das bedeutet nämlich, dass wir im Grunde genommen eine komplette Lähmung wieder zusätzlich auch der Wirtschaft bekommen, wenn rein weiß, die Leute gar keine Möglichkeit mehr haben, sich zu testen. Ich glaube, dass das... So weit also der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder und in der Corona-Pandemie kann in Deutschland weiter keine Entwarnung gegeben werden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020